Yo Leute, herzlich willkommen zur sechsten Folge Minecraft Warum. In der letzten Folge wurden unsere Koordinaten aufgedeckt. Kurz nach der letzten Folge, da wo wir waren. Mal sehen, wie es jetzt aussieht an diesem Ort. Wir gehen gleich ins Spiel und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß bei der Folge. Drei, zwei, eins, eins. Gut, ob du einen in die Gruppe geschrieben hast. Ja, oh Gott. Ey, wenn ich jetzt gespawntrapped werde. Das ist hier verboten. Doch, wäre ich. Ich war ohne Wasser, bei mir war alles ohne Wasser. Und das sind Schilder. Ich häng noch. Was ist das? Das sind überall Schilder, ja. Ich baue mich nur oberweg. Warte. Aber das ist ja so, dass du irgendwie ein Tier ziehst oder so. Ja, ich muss irgendwas ohne mich bauen. So, ich baue mich mal hoch. Beachte die Schilder echt gar nicht. Ach, fuck. Hallo, wäre besser, frage. Nein. Keine Ahnung. Wieso kann ich nichts ohne mich bauen? Hallo. Ja, aber das ist nett, dass du ein Schild oder so ist, wo du nicht bauen kannst. Ein bisschen nichts abgraben oder so. Ja, ich bemühe mich. Ähm, jetzt. Weil ich kann nicht mal gucken, du musst die Koordinatorin schreiben. Ich baue mich noch auf raus. Dann irgendwie in die Richtung kommen. Ich muss jetzt meine letzte Fission, äh, effektive Spitzargenau. Also auf jeden Fall waren nur Leute. Genau an der Stelle. Ja. Sind mir alle auf dem Server, ja. Ja, ich denke, weil du komm und gleich wird. Ja. Wenn ich schon mal Koordinatorin bin. Wollte ich das gelesen. Aber es dauert noch, die müssen ja alle noch die PCs anmachen und alles. Bis dahin bin ich hoffentlich weg. Wenn mal ich bezahlen hätte, bis dahin im Arsch ist. Ich hör schon, ich hab schon Erde über mir, ich bin gleich raus wahrscheinlich. Okay, ich guck mal raus in. Ich sag mal dann noch in welchem Gebiet du bist. Ich sieh wo die Rundergang sind die andere. Ich bin in einem Wald, in einem Buchwald. Gut. Soll ich hier meine Koordinators sagen? Jetzt kann es noch sein. Ja, ich hab sie eigentlich. Okay. Also ich mein ich, ähm, look hier grad. Oh Gott, hier so. hier sind es auch die Küche ich habe ja hier in der Schlucht ja guck dass man nicht sterbt oder ich warte hier auf dich kann ich auch mal ich kann mich in Bauern ungefähr ich möchte noch an der Stelle bleiben Herr laut der Koordinate möchte ich irgendwie in die Wüste gehen ich bin ja der Endkoordinate total falsch ich mache bei mir zu wenn es der Küche kommen ich schlafe jetzt erst mal die Endkoordinate und dann gucke ich dass ich die anderen noch runter ja mach das aber mir sind glaube ich sauf viel zu haben bis gerade zumindest höre ich sauf viel ich glaube schon wieder Tempel glaube ich schon das sieht man so aus dann merkt ihr wo schreibt ihr Koordinat auf ja ich guck grad ganz kurz gehen weil das ist direkt auf dem Weg glaub ich nämlich grad müsste ich eigentlich mittel durch ja ich bin an der X-Koordinate bin ich richtig da war auf Seite Y habe ich ne Z ist es glaub ich ist doppel doch da war hier doch keiner ich guck jetzt ab und rein das ist irgendwie Dias oder wie ja ja da also jawoll und Dias also Gold und nochmal 2 Dias ich hab irgendwie glaub 3 Dias drin gefunden und also msi Gaming Mainboard mit dem Intel Sockel krieg ich schon für 50 Euro ja ok ähm zusammen oder warte kannst du irgendwie nicht du Bier warte kurz ich versteh dich gar nicht warte ganz kurz ähm Sprech mal was äh ich bin unter der Erde war ganz viel Biergebäume soll ich mal ein Schneeke ja es ist hier keiner drauf zu tun ja über mir ist alles voller Zombies auch jetzt hör ich kenne mich ja es ist Tag also eigentlich so viel müsste du nicht hören ja ich habe aber ganz viel gehört es war richtig laut gut dann komm ich gleich mal raus ich bin ich ja mit dem Bier gewollt hm ja das noch Kripp so 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 ich bin jetzt genau auf dem Punkt ok ich bin ohne Falle aber nicht tief ok ok ich nehme hier gerade die ganze Tiere mal mit da sind richtig viele hier sind zwei Küper ich nehme hier gerade die ganze Tiere mal mit soll ich dir mal Koordinatnummer sagen ähm ja mach das nur ähm minus 9 8 äh minus 10 bin ich jetzt und die andere ist minus 266 die Höhe ist 70 minus 266 ja ich bin von minus 10 10 erst minus 10 dann minus 266 ja ich bin direkt bei dir ich bin bei minus 280 und ah da vorne sieh ich dich hier ich bin hinter dir äh ja komm weg weit weg ok jetzt müsste ich gerade noch kurz noch was warten ich hab nichts gebracht ah doch hab ich da vorne ist noch ein Creeper pass auf danke danke ich ja man muss so weit weg wie es geht nicht dass wir jetzt Richtung Sporn laufen ja hier nach dir ist die Creeper also hier nach mir ja das ist nicht so egal einfach weiter da vorne sin sache ja da war ich gestern rauskomme ungefähr Larvenmamo in die Richtung doch ja achso ja hier halt hier ist noch ein bisschen Wald ich glaub das war doch ungefähr hier wo man Apfel gefarmt hatte irgendwo hm weiß ich nicht mehr genau glaub schon ja kann sein ist halt nicht mehr in welche Richtung man müsste das mal zum Sporn kommen weil das Bild vom Sporn am besten weg ja Pfanne ist Wüste Bild in die Wüste wer glaubst du hast du eigentlich in den Tempel gepenbel geguckt du hast geguckt in den Tempel ach so ja du hast geguckt und es ist ja genau hier hier sind es der Schmoronergang in die anderen Höhlen genau hier war es wo bin ich mir jetzt recht schlafen müsste man klar ist weg und ausrufen ja es hat die Koordinaten vom Sporn nicht ja holzreich und schon mehr ist genug und du warst hier zu ganz Bruchstein zurück das ist nicht mehr egal welchen du bin hier vorne schon ein bisschen in der höchste ach da jetzt noch ein Tempel ich glaube nicht das war der wurde schon drin war ich glaube ich kann schon mal gucken da war jemand anderes drin ich hab gekoppelt und so gesetzt dann gehen wir einfach jetzt ist halt die frage ob man wo bist denn du grad? ja da sucht ich grad ich bin über deine BESG ah ja ich seh dich jetzt ist halt die frage ob man ähm jetzt irgendwo mal die Höhle oder sowas findet und ritten gehen weil wir brauchen hier noch ein paar Dears und man braucht genau noch neun Dears und dann mit die haben sie beide volle Dears und du nicht grad alt ist wer da guck ich hab noch lebe ja ich schau also ne die Erd müssen wir auf jeden Fall noch mal guck mal ich geh mal kurz über Meter drin die hanschen Lechgesieger hat die Höhle ne du gehst nicht weiter ne? ne gehts da relativ weit runter aber ne hörts dann irgendwann auf wie schon du jetzt? achto welche Richtung will du? relativ egal hauptsache weg ja das Problem ist die letzte Folge hab ich nicht veröffentlicht das heißt wir sind jetzt eine Voraufnahme ok ich wollte die Gäsche einschneiden hab aber Fehler gemacht und da hatte ich irgendwann kein Bock mehr um A-Uhr ja mach ich das heut vorne ist noch eine Höhe ne ich seh doch gut aus glaub ich guck ob's hier ja ich glaub hier gehts runter ne ja warte ich such mir äh langsam will ich runter ruhig nicht so weit springen musst du dir du ob du gehst noch rein in die Bersche bitte ich aber nicht hier ja wir können mal gucken ne das ist nur Sand aber hier ist ne ich brauch auch neue Hackel ich hab keine mehr also nur noch Ellen und die ist verschleitet ne mal gucken ob ich noch Eis zu kreffen ne hab ich auch nicht mehr oh oh was auf was auf was auf was auf ja schloch langsam runter bauen oder ah ich hab du war auf alle Fälle noch keiner mach n' weg dann n' du ja wart eh ja zu spät ja mini-zombie ist gestoppt und lebe der Kultus direkt neben mir ich konnte was er immer jetzt nicht weg machen ja egal, dann holen wir den neuen gibt's auch noch was ach egal ok passt du überhaupt los, hier ist nämlich richtig viel, aber hier sind wir auch so viel Kohle ja ich hab hier Redstone nämlich nicht ich würde mir ganz gerne Wasserholer, aber da muss ich hoch äh ne ne, scheiß drauf hier unten ist auch genug Wasserquellen mach mal hier an dem Lavafall Wasser weil du ist sauvviel Kohle zum Levelfarmen ok warte ich richt uns hier immer so kleine Hütsche in ja fuck, das war ja hier unten brauch ich auch noch bisschen Wasser ich lass mir die Schluchte ein bisschen hin nach ich baue wenn mir vorher noch ein bisschen Cobblestone wird ja wie gesagt, ich muss mir jetzt eine neue Hackmo machen erst ich mach erst, wenn mein Dierhack kaputt ist sonst braucht mein Dierhack nicht mehr ich mach erst, wenn mein Dierhack kaputt ist sonst braucht mein Dierhack nicht mehr und Gott, was bauen ich denn? Scheiße, ich wollte Cobblestone machen neben dran hab ich die Lava und hab Lava auch nach mich gesetzt ich hab jetzt halt gedacht, ok, Wasser immer mehr im Falschmond-Lavafall ja, hier vorne ja, ich muss überall Wasser ja, ich komm hoch ich kann schon mal Wasser immer aufhören du bist ja du Langgang da ja, dahin ist auch noch ja, ich geh einfach hier hoch und dann links, nicht in die Lavafalle da hoch und dann links kommt so Wasserquellen raus die kannst du direkt mitnehmen mitnehmen ja, ungefähr ist immer richtig ja, ungefähr ist immer richtig ne, hier geht's nur hoch ne, hier geht's nur hoch aber die Schlucht ist an sich so richtig groß hier würd ich gerne noch die erst mal machen oder so hier lang also hier 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 Vielen Dank. 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 Ich brauche jetzt noch Sibyl Level bis zu meinem besseren Schwert. Okay. Ich bin jetzt schon ein bisschen am Verzaubern. Nee. Wir können doch mal unsere Diasache verzaubern. Ja. 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 und das ist und sieben schätze die waren gestern haben mit uns auf dem server er hat nur noch gestritten gestern ich werde mit dir der hat diese Halle um ein Spawnrum gebaut als alles und er war sehr gesetzt Ich hab jetzt noch 3 Kies, wenn ich nicht rauskriege ich einfach kein Feuerstein. Und was ist? Ich hab jetzt 3 Kies noch. Hm. Und ich creme, ah jetzt hab ich eh Feuerstein rauskriegt, jetzt hab ich nur noch 2. Das ist cool. Ich hab noch 1 Kies. wir haben gleich den teams Mixer war gemacht es gibt die jüngste Zettel und und Prozent 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 und zu verschieden mit zehn Schlotze Geld für Mieter zu viel zu haben und Karpot noch 25 Euro wer ist das Problem der Gratis Prozent Prozent 2 Euro um sie nicht so gut leben wo ich habe es wieder zu besichtigen und in den ständigen gewünscht hat nun zu erbinden zu schlüsseln ich kann nicht mehr in der mann in der Hand es gibt auch möglichkeiten selber gratis zu machen aber der Moschel wird so was für der WLAN oder Hemmhasch irgendwie das kann ich aber nicht ich hätte ich hätte an der Stelle schon längst gemacht aber hat er es ist im Internet verantwortlich ich will da nicht in seine WLAN-Datei irgendwas umändern ja, will ich auch nicht zumal mein Vater über das Internet schaffen, wenn das irgendwie öffentlich wäre, über Teamspeak weil das muss ja öffnet dann für die Öffentlichkeit, dass da Server der Hemm hast könnte man eventuell hackern auf die Datei von mein Vater zu greifen, das will ich auch nicht äh, verständlich, ähm, willst du den Dier-Helm oder was soll ich denn anziehen? dann wäre ich Full-Dier oder willst du den Dier-Helm? mir ist das egal nein, warum? geh du erstmal Full-Dier ok, dann bin ich jetzt Full-Dier dann machen wir Dier noch Full-Dier, dann kann man eventuell in den Messer gehen, wie ich sah, und du dann fahren Level-Farmen halt hast du noch Dier gefunden? ne, außer halt den Tempo ich hab noch Larvis und Redstone ich hab beides Level ich darf nochmal durch die Ding durch die ich bin hier schon beim Strip-Meiner ja, ich hab's gesehen ich guck noch, ob ich hier doch noch irgendwie Gang finde oder so ach, das bist du, ich hab grad gedacht, dass wenn die ja, ich hab kurz ein Sneak ja, ich hab halt nur Name gesehen ja, ich hab da nicht zu weit gedacht, dass du hier so durch den Schring gekraben hast ich hab' richtig mit Monster, ich hab' ich Spawner Hm? Ich hab noch die erst gefunden. Nein, wieviel? Ich bin drüber gelaufen, warte, ich guck, baue erst, so jetzt noch ab. Ja. So, jetzt. Eins, zwei, drei, drei. Drei? Ja. Okay, ich hab keine Ahnung mehr, okay, dann. Das möchte ich nur noch sechs, die ist für eine. Sie sind ja eigentlich auf Tier-Ebene, ne? Ähm. Bartzko Klammer. Ja, ich bin über 13, du bist ungefähr, du bist ungefähr. Ganz vielleicht noch, ich denk's, Brunner gehen, dann so. Bartzko Klammer. Okay, schon jetzt einfach mal, nein, nein. Und manche zu mir kommen. Ja. Ich hab auch kein Spitzack mehr. Schon wieder nicht. Ich nehm mir grad schon mal die Sache mit. Dann bauen wir uns das exakt auf Höhe 11 zu. Aber erst mach ich jetzt noch 11 Spitzack. Nimm deine Crafting Table ab, nimmst du mit. Ja, mach ich. 14, 10, 12, 11. Ich hab direkt Redstone mal gefunden. Hast du Cleanstone zum Zumachen? Äh, nö. Müsst ich breiten. Dann mach ich normal. Cool. Mit normalem Zum. Ne, ich hab keine. Ich denke nicht, dass hier runter jemand kommt. Aus ist nur nicht. Aus ist nur nicht. Ich bin schon für 11 jetzt. Ja. Gut. Ja. Tức Hank da kommen hat. Okay, klar. Nein, der장님k 0 zu 4 3. Ich komm zu in der Flushung von mümkmal boyfriend vom Huffle rival. Von Doesn ist es wirklich keen ein Seits? Also.